Weiter machen wir mit dem Grundig Vision 8. Dieser 4K-Fernseher ist für alle interessant, die einen Fernseher mit kräftigen Farbdisplays und guter Tonqualität suchen. Der Fernseher läuft auf dem Betriebssystem Android TV. Er hat einen LED-Bildschirm und eine Bildrate von 60 Hertz. Multi-Color-Enrichment-Technologie wird für satte Farben sorgen. Eine intelligente Farbkorrektur sorgt dafür, den Farbraum zu erweitern. Als Anschlussmöglichkeiten stehen WLAN, Bluetooth, drei HDMI-Ports, zwei USB-Ports, ein LAN-Port und ein CI-Plus-Slot zur Verfügung. Der Vision 8 verfügt über eine Upscaling-Funktion, mit der er Full-HD-Inhalte in vier Qualität darstellen kann. Für kontrastreiche Farbdarstellungen nutzt er HDR10. Der 4K-Fernseher hat ein schwarzes Design mit zwei kleinen Halterungen, die zur Wandmontage entfernt werden können. Dazu wird eine 200 x 200 mm große WESA-Wandhalterung benötigt. Mit Standfuß und der 49 Zoll Version misst der Fernseher 109,7 cm in der Breite, 71,6 cm in der Höhe und 32,5 cm in der Tiefe. Sein Gewicht beträgt 13 kg.